so halli hallo meine lieben freunde von el toro wir wollen euch heute mal zeigen wie weit wir denn schon mit dem dekorieren sind denn halloween steht nun direkt vor der tür und das heißt wir schwenken jetzt mal hier rein in unseren coolen bahnhof so dann fangen wir hier drüben an mit unserer heike ja die ist cool funktioniert nämlich auch aber wie sie dann im endeffekt wirklich funktioniert das müsst ihr selber sehen so dann haben wir hier schon als ihr seht wirklich decke alles zugehangen passt perfekt passt perfekt passt perfekt so und jetzt zeige ich euch die andere seite und das sieht genauso aus also bis auf den mülleimer den müsst euch noch wegdenken und dann mega mega gruselig verbauen natürlich auch noch ein zwei kleine verstecker schon ein damit ihr euch auch schön erschreckt und bis dahin ja verbleiben erstmal so happy halloween und wir sehen uns in ploen also tschüss ihr lieben